Muss ich auch noch gucken. Ganz, ganz wild. Ganz, 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 ganz wilde Nummer, Digga, wirklich. Zehn von zehn. Baba-mäßig. Wie bist du zufrieden mit der Leistung von Jan? Der hat reingeschissen. Tim hat wirklich reingekackt, oder? Nein, das war nicht ich. So, bist du denn auch zufrieden mit der Leistung von Jan? Ja, auf jeden Fall. Ich fand's sehr gut. Sag nichts Faltes. Äh, ich fand's okay. Und andersrum? Hat Jan seinen Top-A-Trop da nicht gemacht? Hahaha. Video weiter. Ey, mein Trick klappt nicht mehr. Ah, doch. Das hat er auch ganz gut gemacht. Also, ich hab ja selber nicht an der Maschine gesessen. Das heißt, ich weiß nicht so genau, dass kompliziert ist, die zu bedienen. Es ist nur einmal der Text ist so extrem nach oben verrutscht und dann hab ich irgendwas mit GZSZ gesehen. Perfekt, Tim. Gut gemacht. Hab's also, ich vermute, dass... Ja, da war ich kurz unkonzentriert. Ich glaube, ich glaube, das gehört nicht zum Wetter dazu. Die Blöde. Die Blöde. Die Blöde. Ja, ja, RTL halt. Hahaha. Woher rennt der, Digga? Behinderte-Sparkos zu Besuch bei anderen Behinderten-Sparkos. Bro. Also, Jungs, kleines Fazit hier bei RTL. Wie hat euch dieser Tag hier gefallen? Beschissen. Wofür arbeitest du eigentlich hier? Solltest du die nicht einschalten? Alle Leute, die bei ProSieben rausgeflogen sind, werden halt von RTL... Oh, Digga, der frontet einfach dieses... Aufgesammelt. Ja, super. Also, es hat uns auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, dass ihr heute hier wart. Vielleicht kommt ihr auch noch mal für ein zweites Praktikum vorbei. Ja, klar, gerne. Nee, lieber nicht. Da geh ich dann doch lieber zu ProSieben. Oh, Junge, Alter. Hahaha. Das mein' ich ernst, du Schlampe. Ach du Scheiße, 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 oh nee, kann man nicht sagen, das darf, das darf man, das geht, ah, ah, so nicht, das geht so weit, da muss, da muss, aber da muss dann auch mal hier Feierabend sein, ne? Jetzt ist Feierabend an der Stelle. Oh, Digga, sie ist auch wirklich... Oh Digga, die arme, mann, die arme... Tim checkt grad selber nicht, was abgeht, oh mann. Aaaaaaaaaaah, Scheiße, mann. Näm, da habt ihr da so viel Spaß an sie bei Rundenstaff, das glaub ich nicht. ProSieben hat uns berühmt gemacht, als euch die Fresse. Alter. Oh Mann, Alter. Folgt uns natürlich auf sämtlichen Kanälen, Instagram, TikTok, YouTube… Oh nee, nicht TikTok, das gibt doch nur ein Kring! Tanze dann hier vom Greenscreen rum. Hallo! Die Gewinnspielfrage für Punkt 12, müsst ihr gleich mitraten. Oh, die Gewinnspielfrage. Was kommt auf den Herd? Bratwurst oder Hanswurst? Oh, Digga. Den kannst du ja nie. Das wäre so eine typische RTL-Frage, oder? Vielen Dank. Danke. Tschüss. Diese armen Mitarbeiter denken sich... Äh, war... Ciao. Oh je. Wir fronten der Boss. Was ist, äh... Ein scharfes Messer. Wer legt seinen Kopf dazwischen? Ich nicht. Ich zeige euch jetzt die Regie. Okay. Oh, ich hasse, dass meine Leute sagen, this is where the magic happens. Und dann zeigen sie so auf ihre Toilette und du so... ...Sendezentrale jeder Sendung. Das heißt, da sitzen die Stimmen, die Moderatoren dann in der Sendung im Ohr haben. Nö. Ach, krass. Wir sind alle in der Pause. Ach, ich dachte, hier ist eine Scheibe davor, aber die Tür ist ja auf. Krass. Boah. Boah. Komm, ich scheiß jetzt mal rein. Ja, bitte. Keine Kruppe drücken, bitte. Boah, sag das nicht. Sag das nicht. Wartet einmal ganz kurz. Ich warne Kollegen einmal vor. Das geht nicht. Ich warne Kollegen, die nicht vor die Kamera wollen. Ach so. Wir im Fernsehender nicht vor die Kamera wollen. Nachwortziefer. Einfach rein stürmen. Bitte film sie mich nicht. Ich bin längst Autonom. Junge, wo kommt sowas her? Wie geil. So, ihr dürft einmal kurz reingucken. Da seht ihr quasi das Paradies für alle Frauen. Ich weiß jetzt nicht, wie Mode... Das ist die Zerstörung von RTL, Digga. Das interessiert ihr seid. Aber für Frauen ist das auf jeden Fall... Also Kleider mag ich nicht so. Tim, das stimmt nicht. Du hast oft schon den privaten Kleider getragen. Wir reden jetzt nicht drüber, aber es ist so. Hallo. Hallo. Oha. Oh. Das sieht aus wie du da Deitas. Tim, ja. Hi. Hallo. So. Hier ist dann unsere eigene... Ton mal wieder. Wirklich top. Also da schwanken wir mal wieder im Spektrum von... Ich höre gar nichts bis zu... Oh mein Gott. Wer hat meine Ohren gefickt? Danke an den... Also Tonmann Frank... Tonmann Frank... Oder Tim. Toll. Ne. Ich bin zufrieden, Tim. Wirklich. Tolle Leistung. Oh Gott, sah die gruselig aus. No. Mann, warum ist die jetzt auf einmal so laut, Digga? Wie soll man denn darauf reagieren, Alter? Ohne, dass die Zuschauer hier taub werden, du Affe. Die sah aus wie vom Bonner Hauptbahnhof. Puh. Sehr gut. Dann geht's wieder raus. Ihr zieht euch um. Sobald ihr ready seid. Sobald ihr seid, ihr seid ihr vor der Tür. Ja. Ich zieh mich aus, ja. Wir wollen euch abholen, wenn wir das Studio aufgebaut haben. Imagine, der wird einfach im Live-Fernsehen einen Püppel rausholen. Lecker, das wert. Buhl. 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 Du? Wodka. Ich brauche Wodka, ich werde sonst nicht wach. Ja, ich bin wieder abgeschminkt. Wieder. Ich bin jetzt abgeschminkt. In meinem normalen Outfit. Wie hat es dir so gefallen, das Outfit? Nein. So schlimm? Scheinbar gar nicht. Scheinbar gar nicht, Digga. Ich glaube nicht. So mache ich mit dem Mundschutz immer, wenn wir irgendwo mit dem Auto unterwegs sind, die Polizei in uns vorbeikommt. Ey, das ist so geil. Nein. Doch. Die armen Leute, Digga. Lass sie doch ein. Nein, es ist nicht okay. Alter. Das macht sich. Dann wollen wir mal ins andere Studio. Ja. Letzte Station für heute. Die Arzen haben wir gerade an. Die Atzen? Die Atzen? Die Fotzen? Ne, die Atzen. Tatsächlich, die Atzen. In Zucht. In Zucht. Halt. Oh, Junge, Alter. Ein ganz wildes Ding. Der Sender einmal auf den Kopf gestellt. In Zucht. Ja. 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 Perfektion. Oh nein, so viele Feuerlöcher. Boah, das ist aber auch ein Vieh. Stehen drei Feuerlöcher, Dinger. Nein, 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 nein. Ich glaube, vielleicht wäre die Scheibe auch durch gewesen. Wenn die Gasfrasche aufgelistet hätte. Das war Gas? Ja, das war Gas. Oh shit. Warum steht hier Gas? Hallo. Hallo. Dein Name klingt behindert. Macht deine Eltern dich nicht? Alter, Digga. Diese armen Leute, die wissen ja auch gar nicht, damit umzugehen. Ich meine, für mich ist es mittlerweile so, yo, ich kenn die Jungs. Das ist natürlich nicht so, wenn man, ne, man ist es gewöhnt, gefroren zu werden. Also ich meine, ich bin es generell gewöhnt, gefroren zu werden. Aber... So, ihr Lieben, das ist das Guten Morgen Deutschland Studio. Guten Morgen. Gumo Deutschland. Über uns, lustigerweise, ist die Kantine. Das heißt, wenn man jetzt hier ein paar Essensgeräusche hört, dann müssen die RTL-Mitarbeiter, die jetzt hier anschen. Hey Leute und herzlich willkommen zurück hier zu unserer neuen TV-Show im Fer... Das passt ja. Habe ich jetzt das Code-Wort gesagt? Wir werden morgens mit dem Bus geholt. Wie fühlen sie sich? In diesem Fernsehstudio? Das ist gut. Oma und Opa waren Geschwister. Digga, neuer Gewitter im Copsong. Das ist der Kühlschrank von Amazon. Ich habe nämlich den gleichen, nur in anderen Farbe. Wow, der Smalltalk-Boss zu meinem Fotze. Ist das ja gar nicht echt? Wer kriegt den Apfel als erstes? Wer kriegt den Apfel als erstes? Wer kriegt den Apfel als erstes? Rufi! Ja, aber Apfel! Oma und Opa waren Geschwister. Da ist so ein anderer, der auch Rufen heißt, mit Nachname David. Da habe ich gerufen, Rufen David an. Das! Aha, ja, da bringt das Plastikgemüse durch die Luft. Digga, da ist aber kein Halten mehr, der dreht Konter frei. Ja, Tennis! Oma und Opa! Kein normales Interview ist möglich, der nimmt den ganzen Laden auseinander. Diese armen Moderatorinnen, die haben es so schwer. Wir haben aber immer was für euch vorbereitet, damit das nicht so ein langweiliges Interview wird. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ihr könnt immer wieder einen auswählen und darin befinden sich Fragekategorien. Das heißt, zum Beispiel, Wo habt ihr euch kennengelernt? Wie ist es so mit Tourette? Kannst du mit Tourette schlafen? Also, nee, solche Fragen haben wir nicht dabei. Das, was ständig gefragt wird. Ja, wahrscheinlich die ein oder andere schon. Aber, genau. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal. 2 Millionen Abonnenten innerhalb von einem Jahr. Riesen-Community. Ist das eigentlich für euch greifbar? Also, ihr sitzt halt hier so wie die zwei normalen Jungs. Ja, von dieser Zuschauer-Obindung träumt ihr bei RTL, ne? Alter, das ist einfach nur noch asozial, ne? Alter, ich hab noch nie so viele bösartige Tics in einem Video gesehen. Ehrlich, Mann. Hä? Nein, ich mach weiter zurück an deinen Platz. Tim ist auch schon so, bruh. Ich will daraus Wein machen. Oh, mein Gott. Halt die Fresse, jetzt hast du nämlich die Illusion. Hahahaha. Ey, Digga. Das geht ja am laufenden Band, Alter. Das hört gar nicht mehr auf. Oh, Digga. Und Tims Blicke die ganze Zeit nur so. Boah, Junge, scheiße. Oh, das tut mir jetzt nicht mehr. Ach, die kann man doch bestimmt wieder dran machen, oder? Stimmt. Ist nicht schlimm. Also, fassen wir mal zusammen. Also, ihr macht YouTube-Seite erfolgreich. Ihr macht erfolgreiche Musik. Sehen wir euch zum nächsten beim Fernsehen. Oder vielleicht mal anderweitern. Nein, wir wollen ja nicht absteigen, du Arsch. Oh, deep inside. She knows you're fucking real, innit? Hm. Ja, das ist ja so, ne? Gisela. Gisela. Gisela, wir wollen uns mit dir beschäftigen. Denken auch, wenn sie oft genug Gisela sagen, Digga. Dreimal Gisela in den Spiegel sagen, sie erscheint, oder was? So ein Ding ist das nicht. Das ist hier nicht, äh. So läuft das nicht, Jungs. Guck mal, was ich kann. Wenn Dinge auf die Tür stehen. Das sah im Internet ganz anders aus. Die Newcomer des Jahres. Gisela merkt, dass es jetzt gerade um sie geht. Sieh das an. Sieht eh aus wie eine Eische. Oh, danke. Gisela. Ja. Also, der, der, der betritt den Raum. Der betritt diesen Raum. Und fickt wirklich jeden komplett. Ich hab noch nie. Ich hab noch nie. Ich... Oh, scheiße, Digga. Ich glaub, ich hab Asthma an Vergleich. So bleib ich. Eure Freundschaft. So, Tim. Für alle, die euch jetzt noch nicht... Rein kommerziell. Jetzt mal rein. Weg vom YouTube. Ich mein, da seid ihr richtige Stars. Kackmaus. Einfach mal so casual. Kackmaus. Wie schön, dass die hier sind. Schade, dass wir die nicht getroffen waren. Ich glaub, das war Arschwitz. Egal. Ja. Dürfen wir das mitnehmen? Oh, der Wendler-Trigger, Digga. Ach, der Michi kommt auch. Ja. 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 Die haben beide, glaub ich, gar keinen Bock mehr. Also, sie ist richtig fett ab, Digga. Sie denkt sich so, what the fuck, Digga. Dafür hab ich keine Moderatoren-Schule besucht. So, und jetzt das Ding. Ich kann mich im Fernsehen nicht so aufführen. Könnt ihr schon. Aber dann muss ich einfach sagen, da bin ich ein Arsch. Ich hab keine Ausrede. Moment, ich muss weg. Einfach rum. Einfach nur absolut wild, Digga. Dauerlachflash, wirklich. Absolut nicht gezwungen, dieses Lachen. Der ist glücklich, der Mann. Oh. So, hello, hello. Hello, hello. Ja, man hört schon, wer hier hinter uns ist. Und zwar, der liebe Jan und der liebe Tim von Gewittern kommt. Ja, und wir füllen die beiden heute mal ein bisschen in RTL. Scheiß auf Social Distancing. Oh. Oh. Oh, Digga. Oh, Scheiße. Was? Wie führen die beiden heute in die Welt von RTL? Nein. Halt die Fresse. Ey, Junge. Wirklich, die beiden müssen sich abends wirklich einfach fragen. Ach du Scheiße, Digga. Tunipo, danke für deinen dritten Reset in Folge, Bro. Ey, wirklich, das ist die größte Hobbs-Name, die ich jemals gesehen habe. Wirklich, Hobbserlauf. Wirklich, absoluter Hobbserlauf. Also, ihr seht, das wird ein großartiger Dreh. Da hätte ich jetzt einen guten Morgen Barbarossaplatz von Jan erwartet. Muss ich ehrlich sein. Aber nehmt den Laden. Schaut auf jeden Fall zu. Also Leute, der Tag, der Praktikumstag hat sich jetzt zum Ende zugeneigt. Wie hat's dir so gefallen? Wie hat's dir so gefallen? Ich fand's mega interessant, bei RTL mal hinter die Kulissen schauen zu können. Absolut, Digga. Und, ähm, also ich hatte sehr viel Spaß. Und RTL hat natürlich auch was gedreht. Natürlich. Das werden die... Die werden Klicks des Todes machen auf dieses Video, Digga. Die werden Klicks auf den Nacken von Jan machen. Also ganz, ganz wild. Das sind zu viele Trigger in diesem TV-Studio. Das ist Wahnsinn. Eigentlich müsste man, das klingt jetzt ein bisschen gestört, aber eigentlich müsste man einen kompletten Raum mit sämtlichen Trigger-Points, die er hat, machen. Und dann mal gucken, was passiert, Alter. Natürlich nicht an welchem Datum die das ausstrahlen, ne? Sonntag. Und das werden die am Sonntag, kommenden Sonntag am 28. auch strahlen. Okay. Den Link dazu findet ihr aber auch nochmal in der Videobeschreibung. So, mir hat's auch sehr viel... Mein Mund brennt wie Tims Arschloch. Mir hat's aber auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an Thomas hinter der Kamera. Suto94, dankeschön. Danke für diese schöne Bauchmassage. Ich find's sehr schön, wie du versuchst... Oh Gott. Alles voll! Ich muss auf Toilette und Gisela hat anscheinend Spaß. Okay, wir hoffen wir auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Wildes, wildes Video. Sehr, sehr, sehr lustig geworden. So. Und wir hoffen, wir sehen uns in einem von unseren nächsten Videos wieder. Ganz, 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 ganz. Tschau. Ganz, 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 ganz. Falls ihr dieses Kissen hier gewinnen wollt, schreibt... Ich will das Kissen gewinnen. Ich glaube, Orange um Orange wird gern dieses Kissen gewinnen. Aber ich weiß nicht, was da mit Lauras Gesicht passiert. Es bleibt spannend. Aber jetzt geht's Licht aus. Das gibt's nicht zu gewinnen. Stimmt, jetzt gibt's nicht zu gewinnen. Wir werden uns raus... EGAL!